Jetzt müsst ihr nur noch versuchen zu überleben. Keine Angst mehr haben, groteske Gesichter heute abgeladen. Sie sind nur aus einem Grund, und wirklich nur aus diesem einen Grund. Euch zu töten auf die brutalste Art und Weise, die ihr euch nur vorstellen könnt. Öffnet eure Augen, nur seid gespannt! Ihr könnt euch glücklich schätzen! Ihr werdet jetzt durchgenommen von den Besten! Aaaaaaah! 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 Mit der Fähre? Mit der Fähre, ne? Da war ich schon mal mit dem Künsteln, das ist ja kein Unglück. Oh Gott, noch mal! Ihr, Jesuslutscher, seid alle so verfü ...sensiv! Ich bin nicht verrückt, ich bin bei Verstand. Ich bin nicht verrückt, ich bin bei Verstand. Ich bin nicht verrückt, ich bin bei Verstand! Ich bin nicht verrückt, ich bin bei Verstand! Ich bin nicht verrückt! FUUUUUCK!